Was machst du mit dem Eimer? Ich wollte dir Müll entsorgen. Im Meer? Du kannst es doch nicht ins Meer kippen. Denk doch mal an die Fische. Ach, ist doch egal. Fische gibt's wie Sand am Meer. Du bist unmöglich. Schau dir an, was du getan hast. Oh nein, was ist das? Schnell weg hier. Wer war das? Wir werden alle sterben.